Es wäre wichtig, in den nächsten drei Spielen den dritten Platz zu zementieren. Natürlich ist es für unsere Planung, für unsere Wirken im Sommer, auch in der nächsten Saison sehr wichtig. Das wollen wir alle, das wollen wir in erster Linie aus sportlicher Sicht, aber natürlich aus finanzieller Sicht, aus Planungssicherheit, das alles wollen wir. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir das auch dementsprechend eintüten werden. Ja, aber das ist immer das, was ich gesagt habe. Wir haben nie, klar gab es mal die Situation, dass wir vielleicht nicht so weit von Dortmund weg waren, von den Punkten. Aber jetzt hat durch den Sieg, den Sieg gegen München erlangt haben, war es schwer, sie einzuholen. Und wir haben immer gesagt, wir schauen auf den dritten Platz. Das muss unser großes Ziel bleiben, dass wir den weiter halten. Und deshalb ist es natürlich von Vorteil, wenn die Mannschaften hinter uns nicht punkten.